Dominika, kannst du mir doch ein bisschen helfen? Das geht jetzt nicht, ich bin gerade mit meinen Fingernägen beschäftigt, ich will halt auch schön aussehen, wenn man dir das kommt. Aber, weißt du was, ich hab mir gedacht, du bist Sonne... Das war die letzte Limo heute, der Kwampert macht gleich einen Kassensturz, hat er doch schon am 7 gesagt, dass es heute nicht mehr kommt. Bringst du mir einen Obstlein? Im Ernst? Spatzl, du hast doch dein ganzes Leben noch nie einen Tropfen Alkohol drungen. Die Mama ist heute nicht zu Hause, die ist beim Ruhmherabend. Ich kann dir auch einen Wodka bringen, den riecht man nicht so. Ich kann dir auch einen Wodka bringen, den riecht man nicht so. Ich kann dir auch einen Wodka bringen, den riecht man nicht so.